hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge tech it light mit dem zuzuhd hallo hallo so wir sind immer noch hier in diesen unterwelten oh mein gott und durchgekommen ich nicht ich bin wieder mal im schwarzen ich sehe nichts okay jetzt bin ich wieder hier jetzt nehmen wir natürlich die zweite tür mit dem eisen oder mit den eisen getan auch oder logisch alter beim teleportieren verliert man so viel essen es geht ja schön wo bist du jetzt irgendwo nirgendwo ja dann kommst du jetzt hier ja ja es legt aber diese unterwelt müssen ja 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 ich habe gerade was aber du siehst mich nicht ich sehe nur schwarz aber ich sehe einfach so wieder so etwas zu springen ok ja schön so lange vielleicht solltest du mal schnell diskonnect ja ich würde mehr spieler natürlich jetzt und die nächste tür aber das ist wieder die geil warte nicht oben rausbauen wir können ganz einfach hier durch gluten ja das ist das beste an dem spiel minecraft ist und hier noch pistens abbauen dann schick mal nach hause auto die fabrik of realty das das braucht man eigentlich wenn du so es ist die test wieder wohl was hat mit fabrik of realty aber einfach diese kacke ob es ist hier speziell diese alter so lange stehe hat ich glaube ich bin oben haben sie viele blöcke hast du abgebaut einen der geile alter alt alt und nur ab und von jungen und steht zählt jetzt ah ja und so an alter dass sie einfach zu viele also wir kommen nicht mehr durchs du er tut so das hat jaja jetzt bin dran wir kommen schon noch durch vor ort mal aus werden laufer mitnehmen zu ja das wäre von vorteil gewesen gott schnell aber junge da haben wir nur so überfischen scheiße kommen wir jetzt zurück hatte alle töten was ich wurde geschlagen von den jahren noch mehr ab halt abrufen warum baust du das zeug sagt ob ich nicht was das heißt dass er auch das ihre fischblöcke irgendwie ist ja schon jungen aber das ist wohl die verhochschung ja oder mit lauer werden die tot ja aber die blöcke lösen sich jetzt selbstständig auch ich weiß alter und wie kommen wir jetzt zurück kommt weißt du was hier oben der letzte da der ist tot runter ich baue hier diesen block ab auch wenn jetzt so silber fisch kommt ganz schnell geduld bin durch muss die türe öffnen und dann springen ja auch junge wie viele waren das ja jetzt wieder aber gut alter aber die chest zu voll auch gehen wir hier raus wo wo ich hätte ich nicht ach bin nein 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 da kommst du nicht raus doch da kommt mir dann die normale welt ok ne komm gehen wir einfach weiter wenn wir haben noch so viele wege alter das war gerade gerade ein bis zu extremen ja auch diese volle und wirklich extrem also wenn man noch länger gewartet hätten dann werden wir nicht mehr lange am lieben die Brüder vor die Verhochschung ja irgendwie schon der Berg bist du hier wenn wir alles hat mit so ist zurück und dann die Becker und das machen wir tun wird ja eigentlich schon aber die frage ist ob ihr sie schon machen können weißt du ja was braucht man was dazu ja obsidien und das du kannst hier nur machen wenn du diese dings eingestellt hast das geht weil sonst kannst du sie nicht machen ich weiß aber auch schon gehört kommt zurück kommt viel weiter zurück ich bin bei dir wo hinter dir wo jetzt bei dir in dir ich höre dich nur essen habe ich ah jetzt habe ich dich gesehen schön diese map ja wir können schon nach hause gehen wenn du willst warte wir sind jetzt hier rechts gewesen oder dann bauen wir hier mal zu und hier ja ja komm gehen wir einfach weiter ja ja komm gehen wir einfach weiter ja wir mal zu essen oh ne chest was hat's dritte das übliche ja immer das gleiche warte mal hat sich noch ne zweite chest nein gut jetpack ist halb leer schick jetzt erstmal das zeug nach hause was nur so wenig ist so ein oder zwei stück so ja ja will es jetzt nichts das auf dem ersten slot rauspumpen hallo was warum pumpt er jetzt gerade nicht das auf dem ersten slot raus radiolo ok so füllen und weitergehen ja genau jetzt bin ich durch oh schon wieder so ne verzweigung aber hier rechts ist eine holztür hier war ich mal einfach so zu ja schön geh durch aber wieder diese ich sehe noch nichts ich kann nur zu fahren den siehst du ja aber da genau hast du ihn gefunden in den letzten sekunden ne das ist gma junge so ja toll ah wieder diese map welche hatten wir die schon ah ja gut ich hole die hinterher chest gut ich schick mal wieder nach hause ja gut das ist gerade glaube ich ziemlich schwer ja ja sehr schwer aber ich kann kupfer reinpacken und ich kann noch mehr fabric of reality und faden so geil alles drauf eigentlich müllt ja dieses zeug hier nur unser system ja eigentlich schon eigentlich wenn ihr so schlau gewesen wären hätten wir ja fabric of reality noch in ja ja aber wir hatten ja da noch keins was hatten wir noch keinen fabric of reality ah ja gut ja 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 das können wir jetzt nachher so jetzt können wir ganz zurück hier komm so wird mal Bock ne essen will ich so ah jetzt sind wir hier warte schnell ja schön jetzt komm mal langsam aber ah ja gut geil was jungen hast du gesehen wie viele türen das wir schon gemacht haben genügend so und jetzt und jetzt zurück und jetzt sind wir hier in diesem raum warte mal wieder mal Bock warte mal wieder mal Bock ah ja toll also wo bist du so gut nächste links hallo ah jetzt bin ich weg so äh ich falle wieder mal ich komm nicht durch ja ihr auch nicht komm mal raus ah jetzt bist du weg ja ah jetzt bin ich auch weg wo sind wir hier fest wo hä in der mitte hä ah jetzt ah die welt lädt immer so langsam ja bin schön aus du so wo kommen sonst noch hin was ist hier hinten nichts nix und wie soll das hier vororten das ist ne falle tnt schnell durch die holztür schnell alter willst du uns eigentlich umlegen nein alter was ist junge was es gibt auch noch so eine kackfalle bist du schon durch ja komm also jetzt kommst du zu es gibt auch nicht so eine kackfalle hm recht es gibt auch noch so eine kackfalle dass wenn du ankommst hat es links und rechts von der türen tnt und es ist so ein zistron eingebaut wo 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 ausschalten oder den ganzen kreislauf zerstören eben es gibt noch so eine falle wo links und rechts und tnt ist neben der tür und dann zieht es so und du kommst du durchs portal und denkst sie so und nein jetzt gehe ich dann gleich in die luft oder das geht aber nicht in die luft du kannst es nur abbauen wo es gibt auch eine map wo extrem viele chests in einem langen gang drin sind ist schon weiter ne du stehst noch da unten oh jetzt dachte ich gerade jetzt bin ich runter geworden und dann hat es eine druck bist du schon weiter ja ok nicht dann hat es eine wo ich bin im Boden k jolo jolo ja jetzt bin ich jetzt hat es geladen wacomischen und man jetzt befreut er war 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 ist du bei mir gerett über die es ist und wenn man in der Sitzung vor und er hat doch ja geile er hat aus hittig die Falle Volina nun in der Sitzung vor Ort jetzt kommt es schon dein inventar ist wohl du kannst sonst kupfer kannst du nach hause schicken und fäden redstone ja redstone nicht bei mir doch weißt du redstone geht ah ja ja gut ja ja repeater auch klebrige kolben auch und schon gefunden ja ich bin schon so durch die nächste tür ja du weißt du schon das vorn und ich komme gleich und wie viel hat noch was schon verbraucht 37 zufrieden von der bischen durch dort werden hier ich habe nur noch 27 dosen und acht gut ja die map gefunden ich sehe die tnt ja genau tnt abbauen und jetzt noch eine falle hast du hat es bei dir gezischt ja ja geld ist das macht einem angst so ein bisschen war das ist wieder die bau schnell ab nee das ist eine ganz andere alter alter wie schon das gebaut hat diese extrem hier die fackel hier den repeater hier auf jetzt ist sie ruhig ja schön junge fahrt schnell ich baue und ich fliege toll ich habe mir helft da und wenn ein deutsch total voll voll also das brauche ich nicht mal schön du bist von mir im boden toll das wollte ich schon immer mal sein ja schön toll auch schon weiter ja ich ja was ist hier speziell das ist wieder diese links rechts geschichte da aber die folge ist vorbei sehe ich gerade zuerst noch schnell was essen fast zehn solcher kann noch mal habe jetzt nur 21 kann also leute wenn euch diese folge gefallen hat lasst eine positive bewertung hier und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder macht's gut macht's gut bis dann ciao